und damit herzlich willkommen zur let's play graveyard keeper ich guck mal dass wir noch ein bisschen geld zusammen kriegen geld haben wir gerade immer 15 ok 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 wäre doch blöd wenn ich das nicht richtig mache ich muss jetzt gucken dass ich immer ich bin ein bisschen neben der spur wenn ich ehrlich bin ich musste ich habe sehr schlecht geschlafen mein sohn hat eine op gekriegt und ja so das haben wir alles rübenscheiben brauche ich gerade nicht aber ich habe sehr viel kram hier will ich die rübenscheiben verkaufen ja eigentlich nicht wenn ich darüber nachdenken ich bräuchte mehr weizen samen und vielleicht auch mehr karotten sagen da müsste ich neues weizen anbauen der rest passt soweit aber ich will jetzt auf jeden fall die bauer erlaubnis für die kirche haben dass ich da wenig ins weiter komme ich will einfach nur weiterkommen halt mit was hat er noch im angebot gehabt aber noch weizen das ist vor allem schön dass der weizen teure seit das mehl das macht auch voll sind dass die weiterverarbeiteten produkte billiger sind obwohl habe ja auch schon so was erlebt so die er trotzdem braucht gut gott hat er viel geld normalerweise können wir auch hier weizen sagen ok ok damit sollte ich weiterkommen er hat das blöde lässt stehen wo er das verfällt das ist toll ich überlege gerade ob ich einfach mal die weizen weizen farben erweitere im weizenteil um noch ein weiteres feld nach links ok geht's ok links wird sich perfekt anbieten für weizen so richtig viel weizen komposter auf habe ich mir jetzt genug die kann hier bleiben habe ich noch irgendwo mehr weizen ja passt so das geht richtig gut mit der hey ich habe doch das gepennt was ist los ich gehe es nicht können ich gehe zumindest nicht planen solange das hier nicht bestellt ist das feld ich wollte gerade sagen sie macht ja nichts so 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 fangen wir damit an das geld das ist noch einmal einstellen muss vielleicht ich habe nicht genug dass ich mal gucken ob es besser und ob ich mal besseren dünner herstellen kann dass ich vielleicht auch mehr wenn ich mehr zurückkriegen würde wäre es kein problem oder wenigstens gleich viel aber du machst halt ein leichtes gleiches minus frage ich habe ich ja auch andere sachen halt reinpacken kann um die zum fall zu bringen und schon mal wieder weizen ein gutes stück weizen heute ist heute abend kann ich mit schlange arbeiten das gut ich mach gleich noch mal den nächsten kann auch noch auf rüben schnitzel und rüben scheibchen gehen aber primär ernähre ich mich für diesen karotten schnitzeln könnte auch noch ganz kurz ins brett gehen aber nur ganz kurz was schon ein bisschen nervig ist mal kurz schnitzel und k so k so k k k k k Okay. was mache ich jetzt steine herstellen sich beziehungsweise könnte ich mal gucken ob ich das ding hier drüben kriegt der blöde esel bringt erstmal keine sachen mehr das ist gut will ich auch nicht keine weiteren gräber erst mal erlaubnis ich brauche 20 wir sind fertig rechtmäßiger bürger ich bin jetzt recht mäßiger bürger passierschein handelslizenz okay handelslizenz und kostet 50 kartenpapier ich kann doch alles zu grad gehen als goldmünzen ja das dauert noch ein bisschen das hier schein erlaubnis du musst mir nur merken wo die ist dann kann ich beim nächsten mal nutzen ich weiß gar nicht mehr wo viel dieser passierschein ist 38 für das neue rundschreiben b 65 kann sein dass die schüssel hier eingelegt habe sieht gut aus dann mache ich noch ein paar steine bis der typ wieder kommt weil ich glaube da kommt ja diese nacht das soll ja bin ich mal gespannt was ich dahinter verbirgt aber das spiel ist eigentlich echt groß oder also es ist viel 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 größer als ich gedacht hätte also auch viel komplexer als ich gedacht hätte ich bin bloß die will ich holen bringe ich die noch schnell um hier oben ich überlege habe ich einfach mal ein paar karotten noch an pflanze der schaden scheint aber noch mal wirklich geringer zu sein ich wollte aber gucken ob die rüstung kaputt geht tatsächlich das wäre noch interessant weil wir die rüstung schaden nimmt dann ja ist ja blöd passt so weit würde ich jetzt sagen den karotten das muss warten sonst wird das wieder nichts okay das wirklich erst morgen da mache ich mehr steine halt wird das immer noch mal ich habe jetzt zap 然後 Ja, weniger Karotten. Mehl haben wir auch noch. Was habe ich jetzt alles noch dabei gehabt? Steine werden verkauft. Mehl, die Karotten wollte ich verarbeiten, richtig. Mehr Karottenschnitzel bitte. Ich habe keine Zwiebeln, das klingt auch lecker. Ach, Nudeln. Ah, da brauche ich Käse, Kohlsuppe. Ich habe keinen Kohle, aber ich habe nur Salat. Nein, habe ich nicht mehr. Hm. Ich hole jetzt noch zweimal Steine und ich überlege, ob ich dann einfach einmal Kohle hole nochmal. Habe ich Platz für Kohle? Ja, habe ich. Koppel. Koppel. Sehr schön. Die Steine kann ich euch auch gleich das Geld machen. Vielleicht lasse ich die Kohle auch erstmal und gucke einfach mal, dass ich Steine und das Zeug verkaufe. Ich brauche auf jeden Fall mehr Saat. Ich habe viel zu wenig davon. Da ist doch, okay, okay, bleib hier, bleib hier. Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Und endlich ein Schritt weiter in Ordnung, geht du vor. Sie werden schon sehen, wer nutzlos ist. Ich werde Ihnen ihr blödes Grinsen schon heute noch vom Gesicht verhauen. Von mir redest du da? Ich rede von allen. Alle, die in dieser verfluchten Stadt leben. Alle, die denken, sie seien besser als ich. Nur weil ich... Ne, weil sie alles haben und ich nicht. Aber bald habe ich alles komisch. Oh, ich glaube. Da ist man auch, ich suche. Alter. Wie viel Schaden habe ich da gerade gekriegt? Oh, meine Hände. Du bist tot. Okay, es war geskriptet und ich konnte es gar nicht verhindern. Oh, was ist das gerade passiert? Ich glaube, ich bin noch im Leben und wieder zurück zu Hause. In diesen Umständen ist das nicht unbedingt gut. Ich muss zurückkehren und dieses Tagebuch versorgen. Die Rüstung geht tatsächlich nicht kaputt, aber... Können wir uns erstmal mal andere Sachen. Ich kann daher entscheidend immer rein. Denke ich zumindest. Also mache ich erstmal ein bisschen Geld. Habe ich mein... Mehl habe ich noch dabei. Gut. Verkaufen erstmal Steine. Ja, wie gesagt, ich könnte es Menschen vielleicht verkaufen, aber ich weiß nicht, ob das gut ist eigentlich. So, du hast ja plötzlich haufenweise Asche gehabt. Immer noch fünf. Ja, mit einem oder keins mehr. Gut, das war es mit dem Geld. Dann gehen wir doch noch... Hatte ich ja nicht plötzlich haufenweise Geld? Okay, es wird weniger. Ja, die Rübensamen nehme ich mit. Die Rübensamen nehme ich mit. Und wir lassen es mit Weizen... Und wir lassen es mit Weizen... Ja, es ist alles scheiße teuer. Ja, ich kann hier einfach das Feld hier abenden. Wahrscheinlich gibt der Typ mir jetzt gleich noch eine Aufgabe. Ich muss ja eh... Muss ich nicht eh nochmal mit ihm reden, weil der soll doch das Geld zurückgeben, dachte ich. Oh ja. ich habe mich eh schon gefragt was passiert wenn man stirbt aber jetzt wissen wir es ist auch die frage ist das jetzt immer nur zu der zeit offen oder immer da liegen meine knochen ich weiß nicht ich bin einfach zurück zu meiner hütte ging gegangen daran sollte ich mich langsam gewöhnen das ding passieren mehr ständig ist ein nutzloser die und obwohl du unsterblich bist das ist echt nicht fair ich hasse dich wie bitte ich hasse dich dass mich das kurz aufschreiben friedhafs werde kann nicht sterben ich könnte eine hilfe gebrauch da deinen unsterblichen hintern hierhin geschafft hast habe ich entschieden dass ich in diesem kerber nicht sterben will welche kerke denn der ist gleich hier die gab es schon lange bevor die kirche gebaut wurde niemand weiß wie tief er ist vor der uralten abmachung nagelten die ketzer nagelts die ketzer an die wand und verbrannten ihre beine kann ich helfen ich habe meine quellen deshalb weiß ich immer wo ich die dinge die ich brauche finden kann unter diesem punkt meistens rachen meines rachplans befinden sich viele dinge die ich brauche in diesem kerker zunächst brauche ich ein eimer voll blut und fünf blutige nägel solltest die im ersten ebene finden dort wo die heiden gefoltert wurden klingt als städte steht da jemand um hilfe bist du da vielleicht vielleicht auch nicht die sache verbirgt viele dinge ist mir eigentlich egal es hat mit meinem plan zu tun läuft jetzt wieder da rein ich sollte man nachsehen ich dachte meinte das ding hinter sich hatte ich es kann nur tatsächlich was eine nette überraschung freue mich endlich mal wieder jemand zu sehen ist am leben brauche hilfe sagen wir mal ich bin bei bewusstsein und ich freue mich selber dann hier sagen mein name ist kunter das sollte rechts irgendwo ein hebel sein habe ihn ich bin verwundert dass er noch funktioniert würdest du mich jetzt bitte ein paar mal mit deinem schwert schlagen also ist eine frage gewalt wurden schlag mich bitte erst ich habe schon so lange nichts gefühlt das tut gut das erste gefühl nach jahren ja jetzt verantworte ich deine fragen wer bist du wie gesagt ich bin gut bist du tot komplizierte frage ich selbst würde mich eine transitorische person aber allgemein nennt man uns untot warum sollte ich dich schlagen in meiner tatsache gefühlt nichts war das wie ein albtraum aber dann fand ich heraus dass ich noch immer schmerzen finden kann fühlt sich nicht wie schmerz an irgendwie sanfte prise aber das ist alles was ich habe kann ich noch mal schlagen das ist nicht für die vielleicht später doch nach so vielen jahren waren die schläge war nicht ein vergnügen es wird ein paar jahre dauern bis sie wieder ein solches vergnügen verspüren können und ich habe noch ein wenig fleisch auf den knochen ist sehr zu schade sie zu verkaufen bist du zu einem transitorisch wie bist du und transitorisch geworden wissenschaft und ein wenig magie der alte meister hat mich gemacht nun ja eigentlich hat er viele für uns gemacht ein bruder arbeit meine brüder noch auf dem friedhof nein ich glaube es gibt nur noch dich übrigens bin ich ein friedhofswerter dann machen wir ein paar brüder sie werden ja eine große hilfe sein wie mache ich andere transitorische aber das ist einfach du findest die glaubhasen für einen wiederbelebungstisch auf dem regal zu deiner linken das ist kaputt irgendwo sollten ja auch noch ein paar flaschen mit nachzutaten für die überlebung umlegen kannst immer mehr am alchimitisch machen kennt das rezept und die zweite tut das blut bin mir nicht ganz sicher was die erste war irgendein pulver glaube ich ist das gelbe pulver sie haben so wie du leider nicht ich bin einzigartig irgendwas ist falsch gelaufen ich bin zu schlau deshalb hat mich der alte meister angekettet ich habe nicht dazu gepasst kann ich dich freilassen kann ich freilassen ich bin schon so lange angekettet mein fleisch ist zu gammelig außerdem mag ich es hier irgendwie wir können die prüfe brüder helfen aber die können einfach aufgaben für dich erledigen wenn du ihnen die richtige ausrüstung gibt können sie ressourcen für dich sammeln und sogar transportieren welche ausrüstung ich glaube ein zombie ist irgendwo unter dem felsen auf dem weg zum wald vergraben kann es ihn ausgaben und diese seine ausrüstung anschauen auferstellungstisch zombie saft klingt lecker jetzt erstmal leckeren zombie saft ok hier ist ein pranger ok was kann ich hier machen schädel an der wand schädelsäule aha was bringt denn das weil ich weiß wie ein schädel machen kann auf jeden fall einmal von blut und fünf blutige nägel ok ich bin davon ausgegangen dass das wie so eine art kampf arena ist hier ist es auch hier kriege ich auf jeden fall eine menge holz zusammen ich bin davon aus was für eine epische musik da geht doch nächste was ich gehe mal raus haben muss ich mit lärm inventar reingehen ok noch nebenbei uns da die welt jetzt klar gemacht ist gut steine nehme ich jetzt auch noch mit erst mal schmerzt mir ein bisschen metallschrott ein würde ich sagen und Bis zum nächsten Mal.